ja hi pyrus willkommen zu einem neuen vlog oder wie man es auch immer nennt wir sind jetzt hier in amöneburg die firma röderfeuerwerk hat wieder eingeladen zu einem schönen ja resteschießen kann man nicht sagen aber speziell leute wurden eingeladen um halt gemeinsam etwas zu zündeln und was ich hier für schöne produkte mitgenommen habe zeige ich euch jetzt hier schöne raketen und sortimente für böllertouren hier haben wir noch ein paar schöne knallerchen und leute schaut mal wen ich hier getroffen habe so ganz rein zufällig hallo du bist der ich bin der nico und auf youtube heißt du anders und der nico hat hier euch was feines mitgebracht eine eine knallziehschnur von jgwb dann zieh mal achtung hier seht ihr pyrus bei der arbeit und zwar wird hier eine maskeleta so nach spanischer art mit ein paar salut batterien saluter rohren und auch eine quasi eine tracca das sind so knallkörper an einer stoppine also ein kleiner startschuss vorbereitet quasi zum der startschuss zum reste böllern hier haben wir auch noch ein paar schöne raketen leslie headbencher pyruland kubische kanonschlagraketen kanonschlagraketen genau ja ihr seht für die verpflegung ist auch gesorgt der marcus der brutzelt hier wie ein weltmeister super p1 ware hier genau p1 weil wir können nicht sagen dass nach dem verzehr dieser ware die 120 db auf abendlänge eingehalten wird deswegen haben wir diese würste in p1 zugelassen ok pyrowurst pyrowurst genau das zeige ich euch auch gleich mal ja leute jetzt geht's bald los mit der unserer ersten böllerrunde ich werde jetzt noch schnell das auto beiseite fahren ein bisschen in sicherheit bringen und ja würde ich sagen kann es gleich losgehen was ja 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 Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was? Was ist das?